Hallo Gold, hast du mein Video gesehen? Hey, ich bin vor ein paar Tagen zum Briefkasten gegangen und da sehe ich plötzlich so, hey, da ist ein Päckchen drin, hier im Gym. Und ich so, ich habe gar nichts bestellt und überhaupt, weshalb hier zum Gym, weshalb nicht zu mir nach Hause. Ich mache so auf, ich so, oh, aus Deutschland, okay, cool, wer hat mir das gesendet? Und ich, Gold, der Lion, ich so, okay, cool, ich mache auf, nehme es raus. Ich so, ein Buch, hey, ich liebe Bücher, mega cool, das ist so, wow, Awareness. Ich dachte schon, hat mir das vielleicht einer meiner Yoga-Trainer-Freunde geschickt oder etwas. Ich sehe so, wow, von mir ist es geschrieben, ah, Gold, die Lion. Und ich so, schau aufs Paket, Gold, die Lion. Ich so, was, der Autor hat mir ein Buch geschickt? Ich so, wow, hey, hey, ich habe mich, weisst du, wie gefreut, hey. Und dann ich so, wow, wie cool, wie cool, hey. Und dann mache ich es auf und habe noch die Widmung gesehen. Und hey, das hat mich mega fest berührt. Ich möchte dir von ganzem Herzen herzlich Danke sagen für dieses wunderschöne Geschenk. Es hat mich wirklich, ja, sehr berührt. Das ist das richtige Wort, sehr berührt. Ich bin jetzt gerade auch noch ein anderes Buch am Lesen und ich werde dann bei Zeiten dein Buch verschlingen und dann sehr gerne darüber berichten. Also vielen herzlichen, grössten Dank für dieses wundervolle Geschenk. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich sehr darauf. Dankeschön und viel Erfolg.